Herzlich willkommen zu My Marketing is Better Than Yours, dem Online-Marketing-Podcast. Heute mit dem lieben Johannes Weißensee von Hilti. Johannes ist Head of Engagement und damit für das Marketing und die Kampagnen bei Hilti verantwortlich. Wir werden sprechen unter anderem über das Thema, wie B2B-Marketing überhaupt erfolgreich umgesetzt werden kann, wie man vor einem Persona-Ansatz beispielsweise auf ein konkretes Online-Targeting geht, was dabei die Herausforderungen sind. Wie ein Marketing-Mix, insbesondere auch bei einem B2B-Player, wie Hilti aussieht und wie man eine Marketing-Automatisierung auch bemessen kann nach einem ganz konkreten Uplift. Von daher, hört euch die Folge an. Sehr spannend. Jetzt geht's los. Johannes, herzlich willkommen zum Podcast. Ich freue mich riesig auf das Gespräch. Erzähl doch mal ganz kurz, wer du bist und was du bei Hilti eigentlich machst. Ja, danke schön, dass ich da sein darf. Wer bin ich? Das ist eine große Frage. Ich fange lieber an, was ich bei Hilti mache. Ich verantworte bei Hilti für Zentraleuropa. Das sind bei uns fünf Märkte. Deutschland, Österreich, Schweiz, Niederlande und Polen. Das Thema Marketing, Automatisierung und Kampagne. Ich bin jetzt seit drei Jahren bei Hilti und war davor in unterschiedlichen Positionen im digitalen Marketing unterwegs. Inzwischen seit 16 Jahren vom Startup über Konzern, über Agentur zurück zum Konzern und jetzt in der B2B-Branche angekommen. Und unter Marketing-Automatisierung, da werden wir sicher später noch viel darauf eingehen, was wir darunter verstehen. Kampagne, was bedeutet das bei uns? Vielleicht weil wir es ein bisschen anders sehen, als man das so kennt. Eine Kampagne ist bei uns alles rund um die Einführung von Neuprodukten. Wir launchen im Jahr zwischen 70 und 100 Neuprodukte und nicht alle davon werden mit einer Kampagne begleitet, aber doch einige. Und da geht es wirklich um einen ganzheitlichen Kommunikationsansatz, um diese Produkte letztendlich in den Märkten bekannt zu machen. Super, vielen Dank erstmal für die Vorstellung. Was ich bei euch ja besonders spannend finde, also ihr seid ja eigentlich ein Traditionsunternehmen vor dem Hahn. Da kann man es sagen, irgendwie über 80 Jahre alt. Ich habe nochmal bei Wikipedia nachgeschaut, ob es auch stimmt, aber scheint zu stimmen. Und ihr habt einen stationären Vertrieb und ihr habt auch einen direkten Vertrieb, also über Vertriebsmitarbeiter, die sozusagen bei den Kunden dann vorfahren. Wie muss man sich da jetzt eine E-Commerce-Strategie vorstellen? Also seit wann seid ihr da aktiv und wie funktioniert bei euch der Direktvertrieb über den Online-Shop? Lass mich da mal anfangen, wirklich mit dem Direktvertrieb. Also wir haben weltweit, glaube ich, 32.000 Mitarbeiter circa und davon sind 18.000 im Direktvertrieb. Die generieren jeden Tag über 250.000 direkte Kundenkontakte. Und das ist letztendlich auch das, was Hilti groß gemacht hat, wie wir gewachsen sind. Und jetzt kann man sich vorstellen, wenn man mit dieser Historie ankommt und dann sagt, jetzt wollen wir mal ein bisschen das Geschäft umkrempeln und würden gerne online verkaufen, da hat man nicht so die breite Zustimmung in so einem Konzern und da ist wirklich viel Change-Management nötig. Das heißt, welchen Stellenwert hat E-Commerce? Ich glaube, wir sind nach wie vor nicht wirklich als Revenue-Driver im Unternehmen gesehen, sondern als unterstützende Maßnahme und am Ende konvertiert es immer im Direktvertrieb. Das stimmt natürlich schon lange nicht mehr. Also es finden sehr viele Transaktionen direkt online statt. Es findet aber auch ganz viel Kundenbindung und letztendlich Verwaltung von Geräte, Toolparks der Kunden. Also Reparaturen, Nachbestellungen, Geräteaustausch nach x Jahren, Batteriewechsel, all das kann der Kunde im Self-Service bei uns machen. Da haben wir extrem hohe Nutzungszahlen. Jetzt haben wir halt auch nicht, wir sind kein Fast-Fashion-Anbieter, keine schnell drehenden Konsumgüter, sondern eine Wandsäge für hohe fünf- bis teilweise sechsstellige Beträge, die lege ich mir nicht mal schnell in den Warenkorb und zahle sie mit Paypal. Und in den Online-Shop komme ich jetzt auch rein. Als Nicht-Handwerker oder Nicht-B2B-Konsument, kann ich dort jetzt als normaler Konsument auch bestellen oder wie funktioniert das? Nee, bestellen kannst du nicht. Also wir haben hier wirklich eine Hürde eingebaut. Du musst einen Registrierungsprozess durchlaufen und ohne angemeldeten Gewerbe wirst du diesen Prozess nicht abschließen können. Und hatten bis vor einigen Jahren sogar keinerlei Preispunkte auf der Webseite, weil letztendlich auch Preise entsprechend der Branchen und Kundengrößen variieren können. Das heißt also, ich meine, ich habe gesehen, ihr macht doch Google Ads beispielsweise. Und wir sprechen ja gleich noch ein bisschen über Kampagnenkonzeption auch und die Marketingkampagne, die ihr bei Produktlaunches fahrt. Aber da nehmt ihr ja wahrscheinlich auch B2C-Kunden mit oder B2C-Kunden sind es ja dann nicht, aber quasi ganz normal Endkunden, die jetzt so nicht bestellen können, schon allein wegen dem Gewerbeschein, der fehlt. Seht ihr das in den Daten, in den Analytics-Daten auch, dass ihr da dann besonders hohe Absprungraten teilweise habt, weil die Leute irgendwann realisieren, ach so, okay, Hilti ist ja gar nicht für mich. Ich bin ja gar kein Handwerker. Sehen wir auf jeden Fall. Wir versuchen das zu vermeiden durch entsprechende Targetings und auch bei der Auswahl der Keywords. Also wo es wirklich in die klassischen B2C-Bereiche reingeht, wird es auch sehr schnell extrem teuer. Und wir generieren natürlich nicht die Performance, die wir dort gerne sehen würden. Haben aber auch viele, gerade im Tool-Bereich, viele Keywords, die sehr spezifisch auch für das professionelle Handwerk sind und nicht für den Do-it-yourself-Heimwerker. Da wird anders gesucht und da können wir uns sehr schön in diese Nische rein positionieren. Wir sehen es aber gerade, wir haben eine neue Akku-Plattform gelauncht vor ein paar Wochen und sind dann mit einer sehr breiten Kampagne aktiv, dass wir hier beispielsweise deutlich höhere Bounce Rates haben, als in unseren sehr spezifisch getargeteten Kampagnen, die wir sonst fanden. Okay. Und seht ihr das dann schon direkt auf der Seite oder erst im Bestellprozess? Weil irgendwo kommt ja wahrscheinlich die Info, bitte hinterlege deinen Gewerbeschein oder lade den hoch irgendwie. Wir haben einen vierstufigen Registrierungsprozess, glaube ich. Und in der ersten Stufe musst du deine Gewerbenummer, ID quasi hinterlegen und dort haben wir die höchsten Bounces. Also es bouncen auch sehr viele direkt auf der Website, bevor sie überhaupt in den Registrierungsprozess einsteigen. Aber dort sieht man auch nochmal eine klare Hürde. Und nutzt ihr dann für die Web-Analyse ein gängiges Tool à la Google Analytics oder wie seid ihr dort aufgestellt? Wir sind global komplett auf der Google-Marketing-Plattform und nutzen Analytics 360. Dann lass uns mal so ein bisschen Richtung Kampagnenkonzeption gehen. Du hast ja gerade schon erwähnt, dass ihr wahnsinnig viele Produkte neu launcht und die da marketingseitig begleitet. Vor ein paar Wochen, das hatte ich auch gesehen, unabhängig von unserem Gespräch, habt ihr die neue Akku-Geräteserie gelauncht. Also da habt ihr mich auch targetiert, irgendwo auf LinkedIn mal. Und wie muss man sich jetzt so einen Mediaplan oder eine Kampagnenplanung bei Hilti vorstellen? Wie geht ihr da ran? Da kommt jetzt natürlich die Krux des B2B-Marketings. Letztendlich können wir ja nur auf die gleichen Targeting-Möglichkeiten zugreifen, wie alle anderen Advertiser dort draußen auch. Und die orientieren sich in der Regel an Social Demographics. Das sorgt natürlich dafür, dass die Zielgruppe extrem breit ist. Das versuchen wir einzugrenzen, indem wir natürlich auf Plattformen wie LinkedIn mit Job-Title etc. sehr gut arbeiten können. Wir versuchen das über einen sehr ausgeklügelten Persona-Ansatz besser zu machen, als wir das vielleicht in der Vergangenheit gemacht haben, wo wir uns bei einer Persona von den Demographics wegbewegen und uns wirklich anschauen, was ist denn das Verhalten von dieser Persona im Job-Umfeld und nicht im privaten Umfeld? Und gibt es dort irgendeinen, sagen wir mal, diesen gemeinsamen Nenner, den wir identifizieren können, den man vielleicht auch als Targeting-Option entweder im Google-Universe oder auf Meta etc. zur Verfügung hat? Das wäre jetzt auch tatsächlich meine Frage gewesen. Also Persona ist immer schön und gut. Also ich finde es auch immer witzig, dann den Uwe33, der irgendwie Friseurmeister ist, zu targetieren. Nur die Targetings gibt es ja dann meistens in der Form nicht oder häufig nicht, sondern man muss ja eine gewisse Übersetzungsleistung liefern. Aber wie übersetzt ihr dann einen B2B-Handwerkskunden auf ein Online-Targeting? In erster Linie versuchen wir es mit Lookalikes. Das heißt, wir haben ein fest etabliertes Tagging-Konzept, wie wir all den Traffic, den wir nun mal auf der Webseite haben, klassifizieren. Und das Gute ist, wir wissen natürlich über unsere Bestandskunden sehr genau Bescheid. Das heißt, eigentlich unser wichtigster Kanal ist Newsletter-Kommunikation. Also so ein bisschen gefühlt oldschool, aber es ist überhaupt nicht oldschool, weil mit all den Problemen, die man inzwischen in der Cookieless-World bekommt, stellt man auf einmal fest, dass es ein paar Kommunikationskanäle gibt, wo man sehr genau weiß, mit wem man spricht. Und das Gute ist, wenn wir die adressieren und die klicken in unseren Newslettern und kommen zurück auf die Webseite, dann haben wir eine extrem gute Vorselektion gehabt. Und ich weiß, okay, das ist jetzt jemand, der ist aus der Stahl-Metall-Bau-Branche, 40 Jahre alt, männlich und kann dann dieses Nutzerprofil mit Third-Party-Data beispielsweise anreichern und dadurch versuchen, sehr gute Lookalike-Audiences aufzubauen, auf die ich dann wieder im Prospecting gehen kann. Aber ganz einfach zu lösen ist es nicht, ja. Ja, das glaube ich dir. Genau, würde ich mir jetzt auch gerade schwer tun. Also wie übersetzt du dann sozusagen diese Personas? Aber der Newsletter-Ansatz, der setzt ja voraus, dass ihr schon mal irgendwo einen Lead eingesammelt habt. Also du sprichst ja wahrscheinlich von einem Lead-Ansatz und nicht von irgendwelchen eingekauften Newsletter-Adressen, also Double-Opt-In-Adressen. Das ist ja ein gängiges B2C-Instrument. Also das nutzen wir beispielsweise auch bei Telefonica recht intensiv. Aber das sind ja Konsumenten-Adressen aus irgendwelchen Gewinnspielen. Das ist jetzt wahrscheinlich nicht das, was du gerade beschreibst. Nein, nein. Also wir reden wirklich über existierende Hilti-Kunden, die ein Marketing-Opt-In gegeben haben und nicht irgendwelche Newsletter-Listen, die wir einkaufen. Und was wir natürlich als großen Vorteil haben, was vielleicht manch anderes B2B-Unternehmen nicht hat, unsere Prospects sammelt der Direktvertrieb ein. Wir haben allein in Deutschland deutlich über 1000 Vertriebsmitarbeiter. Die kennen ihre Gebiete sehr gut und natürlich kriegen die mit, wenn dort Handwerksunternehmen entstehen oder wachsen. Jetzt sind wir auch nicht ausgerichtet auf Kleinsthandwerker, sondern bedienen primär Großbetriebe. Die entstehen nicht von heute auf morgen. Das heißt, die Anlage dieser Kunden erfolgt eigentlich über einen ganz klassischen Offline-Vertrieb. Dann wird dieser Kunde aufgenommen und wenn wir alles richtig machen, ziehen wir diese Kunden sehr schnell auf die Online-Plattform und können dann komplett ins Lead-Nurturing einsteigen. Wird dann der Vertriebsmitarbeiter speziell inzentiviert, dass er auch wirklich die E-Mail-Adresse einsammelt? Unterschiedlich. Je nach Status der Datenqualität und Fokus gab es immer wieder in der Vergangenheit Initiativen oder auch nicht. Also das ist, denke ich, so eine Sinuskurve. Wenn man merkt, wir können nicht so viele Gründen ansprechen, wie wir gerne würden, dann nimmt man den Kontakt mit dem Vertrieb wieder auf und versucht zu inzentivieren, dass das gemacht wird. Auf der anderen Seite überlegen wir uns natürlich auch viele Maßnahmen, wie wir direkt online unseren Kunden klar machen, dass es total sinnvoll für sie ist, dass sie uns einen Opt-in geben und wir sie nicht mit Werbung zuspammen, sondern mit wertvollen Tipps, wie sie ihr Business letztendlich profitabler machen können. Das ist auch so ein bisschen meine Erfahrung. Also mit einer stationären Vertriebskette, mit stationären Shops, die ja erstmal vielleicht gar nichts davon haben, dass sie eine E-Mail-Adresse einsammeln, sondern jedenfalls auf den direkten Sale dann vergütet werden, bewertet werden. Aber trotzdem die Kollegen entweder dann über eine Provisionierung, über ein Incentive irgendwie dazu zu bekommen, die E-Mail-Adresse einzusammeln oder halt, wie du sagst, den Mehrwert klarzumachen, dass die Marketing-Automatisierungsmaschine, die dann irgendwann dadurch startet, am Ende dann doch wieder was für sie bringt. Ist ja gar nicht so einfach, das zu übersetzen, seit man verprovisioniert halt dann direkt wieder die E-Mail-Adresse oder so. Man sieht da auch, um ehrlich zu sein, starke Unterschiede im Vertrieb. Also du merkst ganz genau, wenn es Vertriebsgebiete sind, wo, sag ich mal, digital affine Kollegen arbeiten oder wo vielleicht einfach der Hilti-Kollege, der schon seit 40 Jahren im roten Auto sitzt, unterwegs ist, da wirst du nahezu keinen Marketing-Opt-in bei Kunden finden und in den anderen Gebieten kann es teilweise sehr hoch sein, weil die Kollegen natürlich auch durchschauen, dass, wenn ein Kunde an einem Webinar teilgenommen hat, beispielsweise zu neuen Spezifizierungen, wenn es um den Bereich Projektplanung oder Ingenieure etc. geht, das sind hochwertvolle Informationen, die wir dort einsammeln und wenn mir das als Vertriebler zurückgespielt wird, dein Kunde hat bei Webinar XY gerade teilgenommen, besser kann ich meinen Tag nicht vorgeplant bekommen, als dass ich zu diesem Kunden fahre und an dieses Webinar anknüpfe. Da wird es ja dann anfassbar für den Vertriebsmitarbeiter. Das ist ja dann was, wo er vielleicht auch inhaltlich dann im Gespräch anknüpfen kann mit dem Kunden, dem Bestandskunden. Ja, super spannend. Du hast vorhin mal den Punkt gebracht, also das E-Business noch so ein bisschen als, ich weiß nicht mehr, Begriff oder Begleiterscheinung quasi, weil Hilti gesehen wird, aber eigentlich ja schon trotzdem relevante Umsätze generiert und auch in anderen Bereichen, Service hattest du genannt, der auch relevant ist. Wo siehst du denn das Zusammenspiel zwischen Online und Offline in fünf Jahren bei Hilti? Also ich hoffe es, weil es auch der Geschäftsbereich ist, in dem ich arbeite, dass das wirklich zum Kern unseres Daily Businesses geworden ist. Also der globale Hilti-Konzern hat sehr hohe Investments in den letzten Jahren in Tech-Infrastructure getätigt und damit einhergehend auch in den Bereich Marketing-Automatisierung in Kombination mit CRM-Systemen. Und jetzt sind wir auch weit mehr als nur ein Gerätehersteller. Wir gehen immer mehr in den Bereich Software, dass im Bereich Software digitale Kommunikation und Vertriebsansätze viel näher am Produkt sind als bei einer Wandsäge. Das ist, glaube ich, naheliegend. Dort sind wir auch heute schon in Freemium-Modellen etc. angekommen und können dort auch einen ganz anderen Business-Impact vorweisen, den wir digital erzeugen. Und die Grenzen verschwimmen immer mehr. Und wir lernen natürlich auch dazu, was müssen wir online machen, um dem Vertrieb nicht nur Leads einzustellen, sondern wirklich Marketing-Qualified Leads, wo der Vertrieb auch Spaß dran hat, die aufzunehmen, weil sie eine extrem hohe Conversion-Wahrscheinlichkeit haben. Ja, sehr schöne Vision. Auf jeden Fall. Lass uns noch mal ein bisschen auf das Thema Kampagnen eingehen, weil also wir können ja noch mal als Beispiel vielleicht Neuron nehmen. Also so der gemeine Advertiser hat ja seinen Marketing-Mix bestehend aus irgendwie Google-Ads, Meta, vielleicht du hast LinkedIn ja auch erwähnt gehabt, ein bisschen Programmatic-Kampagnen, vielleicht Affiliate-Ansatz etc. Wie sieht denn bei euch der Marketing-Mix aus? Wie muss ich mir das vorstellen? Vor allem bei dem Launch, also der sich jetzt eher Aberfun-Lick anhört. Konträr sicher zu vielen B2C-Ansätzen gibt es bei uns das Thema Affiliate gar nicht. Das ist schlichtweg nicht existent. Wir sind ansonsten schon sehr klassisch unterwegs. Wir sind im Google-Universum tätig, Meta, LinkedIn. Xing ist tot, auch für uns, also auch für B2B im Werbetreiben ist das eigentlich überhaupt kein Faktor mehr. Und was wir jetzt bei einer sehr großen Kampagne und Einführung von so einer kompletten Akku-Plattform auch stark dazu buchen, ist Print. Also es gibt sehr viele Fachmagazine im Handwerk, die branchenspezifisch sind. Die werden auch gelesen, gerade von dem Geschäftsführer, der eher 50 aufwärts ist. Der sucht wirklich nach wie vor Informationen in diesem Printmagazin. Wir gehen rund um die Bauma, die jetzt dann Ende Oktober in München ist, auch ganz stark in den Bereich Digital Out of Home, rund um die Messe, Flughafen, U-Bahn, S-Bahn, Fahrgast, TV, you name it. Bucht ihr das dann programmatisch? Das ist alles Fixplatzierung, weil wir dort eher einen Domination-Ansatz fahren. Also wir wollen beispielsweise am Flughafen gibt es gewisse Terminals, wo wir wissen, dass dort vielleicht auch viele internationale Gäste ankommen werden. Dort wollen wir nicht programmatisch einer von vielen sein, sondern wir buchen dann gewisse Stählen, einfach eine Woche komplett. Fix durch, okay. Okay, verstanden. Und lass uns nochmal bei den anderen Kanälen ein bisschen reingehen, weil Google Ads ist ja erstmal ein dehnbarer Begriff, also da gibt es ja die Suche, dann gibt es irgendwie den Display-Kanal oder auch jetzt die sozusagen vermischten Kanäle, sowas wie Performance Max, wo du dann Discovery Ads, Display, Inventare, Retargeting, Prospecting, alles mögliche buchst. Was genau bucht ihr da ein? Also nur Suche oder macht ihr auch groß angelegte Display-Kampagnen über die Google Marketing-Plattform? Also Suche, klar, und Responsive Display Ads, wir haben, probieren jetzt Discovery Ads aus, wir sind im Retargeting tätig, also nutzen das eher schon in der Breite, also die Performance Max nutzen wir nicht, also das sind wirklich noch eher Handcrafted-Kampagnen und Anzeigenschaltungen, die wir dort machen, weil wir letztendlich auch nicht so häufig Always-On-Kampagnen haben, die die ganze Zeit durchlaufen, die haben wir im Search-Bereich schon, wo wir auch einen direkten Performance-Impact sehen, aber ansonsten haben wir eher kurz getaktete Kampagnen-Zeiträume und sehen dort eher die Vorteile wirklich in einem sehr granularen Account-Management in Kombination In-House plus Agentur. Und nutzt ihr dann primär Google Ads oder auch die DSP von Google, also Display & Video 360? Aktuell nutzen wir rein Google Ads, die Google Marketing Plattform, wir sind ein globaler Konzern, die ist in der IT-Zertifizierung und dieser Prozess zieht sich hin und wieder, wir sind dort aber quasi kurz vor weltweiten Rollout, also das wird dann pilotiert in einzelnen Märkten und wenn es dann in den weltweiten Rollout geht, sind wir auch dabei und dann werden wir auch komplett in das Thema DV360 mit einstellen. Du hast gerade erwähnt, dass ihr ein In-House plus Agentur Modell fahrt, habt ihr das mal angeschaut, ob es vielleicht auch Sinn macht, die Marketing Plattform auch über eine Agentur einzukaufen? Letztendlich läuft es bei uns global und wir müssen irgendwie einen gemeinsamen Nenner für über 70 Märkte finden. Dort läuft vieles immer im Direktkontakt zu den Tech-Anbietern und eher ganz klassisch im Kreativagentur, Lead-Agentur Ansatz, aber wir wollen uns dort eigentlich nicht technologieseitig an eine Agenturgruppe binden. genau, was grundsätzlich Sinn macht, ich stelle die Frage deswegen, weil rein von Einkaufskonditionen kann es Sinn machen, dadurch, dass halt über die größten Degressionen der Agenturen teilweise bessere Konditionen vorhanden sind, das ist zumindest meine Erfahrung, aber klar, dann hast du die Tech-Komponente nicht in-house, was wiederum langfristig ein Nachteil sein kann. Dann hattest du LinkedIn erwähnt, da würde ich auch gerne mal kurz drauf eingehen, weil also zumindest die Kampagnen, die ich gefahren habe in der Vergangenheit, da waren die TKPs extrem hoch, was für B2C-Kampagnen teilweise erstmal schwierig ist, also im Branding-Umfeld kann man sich das vielleicht mal leisten und auch mal machen, im Performance-Bereich super schwierig. Wie ist deine Erfahrung? Same hier, wir sehen sehr hohe TKPs, auf LinkedIn, sind aber in vielen Bereichen bereit, die zu zahlen, weil wir auch oft Branding-Ansätze fahren, also wir sind noch weit von, sag ich mal, Hardcore-Performance-Campagnes entfernt, ein Beispiel ist zum Beispiel, wir haben eine Thought-Leadership-Kampagne Anfang des Jahres etabliert, wo wir uns angeschaut haben, was sind Zukunftsthemen in der Branche, wo wir glauben, dass sie jetzt anfangen, bei unseren großen Kunden in der Geschäftsführung langsam präsenter zu werden und einen Kontakt herzustellen zu einem Geschäftsführer von einem Bauunternehmen mit 20.000 Mitarbeitern ist nicht so einfach. Da tut sich unser Vertrieb natürlich auch schwer, diesen Kontakt zu bekommen. Wir haben gesehen, dass wir digital dort viel schneller in den Kontakt kommen können mit hochrelevanten Personen und dann sind auch hohe TKPs an der Stelle keine Hürde, weil dieser Kontakt super wertvoll ist, weil das ist der Türöffner für einen Vertrieb. Ja, absolut. Die relativieren sich dann sehr schnell. Ja, das stimmt. Das ist eine ganz andere Perspektive. Wichtigkeit der Zielgruppe auch noch mal gegen TKP gelegt, relativiert dann vielleicht auch, wie du sagst, die Höhe des TKPs. Das ist echt interessant. Jetzt haben wir so ein bisschen über Kanäle gesprochen und wie ihr dort ausspielt. Du hattest auch erwähnt, dass ihr teilweise eher im Upper Funnel unterwegs seid und noch gar nicht so sehr im Performance Marketing, ein bisschen Retargeting. Aber wie bewertet ihr denn die Kampagnen? Also wie bewertet ihr den Kampagnen Erfolg? Letztendlich schauen wir uns drei Kampagnen Typen an. Wir haben Performance Kampagnen, so ist es nicht. Die bewerten wir ganz klassisch wirklich nach digitalen Conversions und welchen Umsatz wir dort digital generieren. Schauen uns an, was ist unser ROAS Kur, wäre glaube ich die deutsche Entsprechung. Wir haben sehr häufig Lead lead-basierte Kampagnen, weil viele unserer Produkte eigentlich nicht mehr direkt gekauft werden, sondern die möchten gerne angefasst werden und erlebt werden vor Ort. Das kann man eigentlich fast auch an so Preisgrenzen, also sobald irgendwie ein Tool mal mehr als 1000 Euro kostet, ist das was, was unsere Kunden gerne mal ausprobieren, um das im Vergleich vielleicht zu entweder Vorgängerversion von uns oder im Vergleich zur Konkurrenz auch einfach zu erleben und dort schauen wir uns an, ja klar, was ist ein Cost per Lead und je nach Produkt, das wir bewerben, können wir natürlich andere Cost per Leads akzeptieren und im Bereich Branding, Kampagnen ist es tatsächlich relativ schwer für uns nach wie vor, das richtig zu messen, weil ja, wie messe ich jetzt den Impact einer digitalen Branding Kampagne, wenn ein Großteil meiner Conversions offline stattfinden, also da habe ich ja per se schon einen Trackingbruch und wir wir fahren mehrfach im Jahr große Brand Studies, dort wird natürlich Markenbekanntheit und Assoziierung mit gewissen Themen abgefragt, dort schauen wir uns dann schon an, hat das einen Impact, aber das ist natürlich sehr langsam aus einer digitalen Sicht, weil da ist meine Kampagne schon längst zu Ende, bis ich vielleicht merke, nächstes Jahr, dass ich erfolgreich war. Okay, aber ihr macht Brand Lift Studies, das wäre auch meine Frage gewesen und jetzt haben wir so ein bisschen über TechStack ja auch schon ab und zu gesprochen und das Thema angerissen, könnt ihr dann nicht auf die Conversion auch durchmessen, also sozusagen Kampagnenerfolg, auch wenn der zeitverzögert stattfindet, aber ihr habt ja als Brücke den Lead, also der Lead kann ja vielleicht aus der Kampagne direkt stattfinden oder rausputzeln, und dann die Conversion irgendwie drei Monate später, aber habt ihr dadurch nicht die Möglichkeit theoretisch oder auch praktisch den Kampagnenerfolg dann sogar über euren TechStack durchzumessen? Haben wir, machen wir, nutzen wir, das Problem dabei ist, wie so oft derjenige, der dann vorm Bildschirm sitzt oder unser Verkaufsberater, wenn ein Lead im Vertrieb ankommt und akzeptiert wird und später darüber Umsatz generiert wird, dann können wir das durchtracken. Wenn der Lead warum auch immer liegen bleibt oder abgelehnt wird und einen Monat später trotzdem konvertiert, dann fehlt uns natürlich die dunkle Ziffer relativ hoch und es ist natürlich auch nur dort möglich, wo Leads generiert werden. Wir haben durchaus auch einige Algorithmen im Hintergrund am Laufen, die digitale Interaktion unserer Kunden messen und auch automatisiert Leads generieren. Dort, das ist auch das, wo ich auf der D3-Con den Vortrag dazu gehalten habe, da sehen wir einen Impact und weil wir uns aber schwer tun, oft in der direkten Attribuierung sind wir dort eigentlich auf so ein Kontrollgruppenszenario gegangen, wo wir sagen, es gibt einfach einen gewissen Prozentsatz unserer Kunden, die wir aus dem Bereich Marketing Automatisierung ausklammern und dieser Prozentsatz ist gleich verteilt, was die Kundenprofile betrifft zu der Kampagnengruppe, die wir bespielen und dort sieht man glücklicherweise deutliche Effekte. Okay, das hatte ich mir auch so abgespeichert, du hattest auf deinem Vortrag ja auch eine Zahl genannt, eine ganz konkrete, da geht es irgendwie darum, dass ihr auch über und mit Marketing Automatisierung zwei Prozent mehr globalen Umsatz erzielen konntet, was ja dann bei euch, kann man sich ja ausrechnen, dann irgendwie ein dreistelliger Millionenbetrag im Jahr wahrscheinlich, dann wäre das dann, ist das ja super stattlich und das messt ihr dann über Kontrollgruppen, kontinuierlich. Kontinuierlich in Neartime, also das ist wirklich jederzeit Power BI Dashboards abrufbar, wo wir da gerade stehen, das ist auch volatil, also in sehr kurzfristigen Betrachtungen würde man vielleicht auch die falschen Schlüsse ziehen, aber das ganze Thema läuft jetzt auch schon mehrere Jahre und dort sieht man ganz klare, ganz klaren Trend. Okay, ja, sehr, sehr spannend und natürlich positiv für euch, wenn ihr das so genau beziffern könnt. Ich würde nochmal einen ganz kleinen anderen Punkt ansprechen und zwar, also ihr habt ja auch einen stationären Vertrieb, ich kann ja auch irgendwie in München, Nürnberg, wo auch immer, in den Shop gehen. Jetzt macht ihr Google Ads, hattest du vorhin erzählt, nutzt ihr dann beispielsweise Local Inventory Ads oder ist sind die überhaupt relevant, weil das wäre vielleicht für den Handwerker, der jetzt plant, Freitagnachmittag nochmal in den Shop zu fahren, spannend dahingehend, dass er das Gerät, was er einmal in den Händen halten möchte, dann auch wirklich vorrätig ist oder ist das nicht relevant? Kann ich dir nicht beantworten, ob es relevant ist, weil wir es tatsächlich in der Art und Weise noch nicht ausprobiert haben. Die Kunden, die wir im Hilti-Store sehen, sind häufig durch einen ganz konkreten Bedarf getriggert und diese, wo ich jemanden darauf hinweisen möchte, du könntest doch auch Produkt XY bei uns kaufen, das ist nicht so sehr das Geschäft, das in den Stores stattfindet. Also entweder sind das Handwerker, die auf dem Weg zu oder von der Baustelle zurück schon eigentlich telefonisch vorangekündigt ein Gerät tauschen oder ein neues Gerät mitnehmen. Das ist ganz viel Verbrauchsmaterial, was dort verkauft wird. Ich sehe da eher die Chance, wenn wir in dem Bereich DV360 loslegen können, dass wir dann in einen voll dynamisierten Kommunikationsansatz gehen, der zu den Öffnungszeiten von Stores oder von unserer Hotline oder oder entsprechend die Kommunikation anpasst und ich das dann auch noch mit dem Umkreis Targeting versehe, da sehe ich auch von einer konzeptionellen und kreativen Seite her den größeren Spielraum als über Local Inventory Ads. Und messt ihr da ein Store Besitz? Ist das eine relevante Größe auch für die Kampagnen Erfolgsbemessung? Für die Kampagnen Bemessungen ziehen wir das aktuell nicht heran. Also das ist eher in der Kanalverantwortung der Kollegen, die die Hilti Stores verantworten. Dort wird sich natürlich angeschaut, welche Frequenz aus welchen Kundengruppen haben wir in den Stores. Aber die Kampagnen, die wir aktuell fahren, zielen eher auf digitale Interaktionen ab. Da haben wir aber sicher noch Potenzial, also eher in Omnichannel Kommunikation zu gehen. Da sind wir noch nicht am Ende der Fahnenstange angekommen. Sehr schön, Johannes, hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich würde mich am liebsten noch mindestens zwei Stunden mit dir über B2B-Marketing-Ansätze unterhalten. Ist ja auch für mich sozusagen ein neues Themenfeld. Wir haben jetzt wahnsinnig viel gesprochen über die Art und Weise, wie man überhaupt eine erfolgreiche B2B-Kampagne aufsetzt, welchen Stellenwert dabei auch die Marketing-Automatisierung bei euch hat, welche Kanäle ihr nutzt. auch mega spannend, wie er da sozusagen rangeht. Und jetzt habe ich aber noch zwei abschließende Fragen an dich. Und zwar, die stelle ich jedem Gast. Einmal, welche Person oder Berühmtheit aus der Branche hättest du gerne mal persönlich getroffen oder würdest du vielleicht in Zukunft gerne mal persönlich treffen? Ich habe glücklicherweise schon zumindest so in der deutschen Szene viele Leute treffen dürfen, habe ich lang überlegen müssen, Vorbereitung auf den Podcast. Wenn ich richtig gerne treffen würde, wäre Rand Fishkin. Ich habe zu Beginn meiner Laufbahn viel SEO gemacht und ich finde das einen super spannenden Charakter, nicht nur, weil er sehr erfolgreich mit Moss war, sondern auch, weil es jemand ist, der sich, glaube ich, jeden Tag aufs Neue hinterflegt und sehr unkonventionell sein Business plant und da kann man sich, glaube ich, super viel abschauen, was so Willingness to Change betrifft, also auch in der persönlichen Weiterentwicklung, sag ich mal, im professionellen Umfeld, finde ich den super spannend. Also, kenne ich auch und würde ihn tatsächlich auch mal gerne in die Hand schütteln. Zweite Frage, welches Online-Marketing- Startup oder ist vielleicht mal Startup war in der Vergangenheit und jetzt eine Company ist, hättest du gern mal selbst gegründet? Ja, das kann ich eigentlich super konkret beantworten. Ich habe mit dem Bernd Storm, der Mitgründer von der Bits & Pratzels ist, das war ein Kollege von mir damals bei Expertier und wir haben häufig auch Abo-Abo-Alarm gemacht, richtig? Ja, genau und wir haben häufig und oft darüber gesprochen, dass die ganze digitale Branche doch eigentlich nur hungrig nach Events ist und man müsste doch eigentlich mal so ein Gründer-Event ins Leben rufen und der Bernd hat es halt gemacht und ich nicht und da blicke ich natürlich immer so ein bisschen wehmütig zurück oder bin nicht neidisch, sondern sehe das sehr anerkennend, wenn jemand da die Initiative ergreift und sagt, ich mache das einfach. Ja, was ganz cool ist, also da laufen ja mittlerweile die Obamas und Schwarzen Äckers dieser Welt irgendwie durch die Gegend, ja, auf jeden Fall anerkennenswert, wenn jemand dann so erfolgreich ist, da bin ich bei dir. Sehr spannend, Johannes, ich bedanke mich bei dir für das Gespräch, ich glaube, war ganz viel dabei, wo auch die Zuhörer da draußen irgendwie viel Freude dran haben werden und vielleicht noch das ein oder andere lernen können, von daher Dankeschön an dich Danke, dass ich da sein durfte, hat Spaß gemacht und wer weiß, vielleicht komme ich irgendwann nochmal vorbei. Bist herzlich eingeladen, in dem Sinne, wir sind jetzt raus, Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.